Ja, liebe Zuschauer, und weiter geht's bei uns im Programm mit unseren Top 5. Und die stellen wir Ihnen jede Woche vor. Top 5. Und dann werden wir mal gucken, was denn aktuell bei Ihnen derzeit die beliebtesten Produkte sind. Wundern tut es uns eigentlich nicht, Carsten, oder? Bei dem Wetter eigentlich nicht. Und deswegen wird die 5 garantiert radikal schnell von hinten aufholen. Denn wir fangen mit der 5 an. Da sehen Sie sie. Und da sehen Sie sie vor uns. Die Rede ist von diesem wirklich stylischen und vor allem eleganten Design-Turmventilator. Und der hat keine Rotorblätter. Das ist ein absoluter Hingucker. Ein Ventilator ohne Rotorblätter mit 18 Watt. Also sicherer und schöner als viele herkömmliche Ventilatoren. Ja, und vor allem nicht ansatzweise so viel Stromverbrauch wie normalerweise. Denn ein klassischer Ventilator, wie wir Ihnen auch gleich nochmal einen zeigen werden, der hat so 200, 300 Watt. Und das muss nun wirklich nicht sein. Das Geniale ist, dass hier alle Haustiere, alle Kleinkinder sich nicht mehr verletzen können. Also ein ideales Geschenk, auch jetzt bei dieser Bruthitze draußen. Gerade für Kinderzimmer. Der kann ruhig mal umfallen. Da kann gar nichts passieren. Denn erstens mal hat er einen sehr tiefen Schwerpunkt. Und zweitens hat er eben keine Rotorblätter, bei denen man sich verletzen kann. Dann kommt auch noch dazu, dass er eben auch oszillieren kann. Ja, das heißt also, er dreht in 90 Grad Winkel und verteilt damit... Sagt doch einfach, es ist ein in sich drehbarer Ventilator. Ist das so schwer? Ja, das habe ich jetzt gesucht. Jetzt hat Carsten gesagt. Jetzt wissen Sie, was ich meine. Das Tolle ist, dass ich hier wirklich einen kleinen handlichen Ventilator habe. Mal gerade 55 Zentimeter hoch. Und wie gesagt, keine Verletzungsgefahr. Und am Schluss kann ich den auch noch mit einem Timer nach einer Stunde dann ausschalten lassen. Das ist nämlich auch das Schöne. Was mich echt begeistert ist, bei diesem kleinen Ventilator 540 Kubikmeter Luft in der Stunde wälzt er um. Das müsste man überlegen. Das ist viel. Das ist richtig viel. Und vor allem, das ist viel bei eben wenig Stromverbrauch. Dann ist er vor allem einfach zu reinigen. Denn er ist ohne Gitter oder Ventilatorrad. Er ist stufenlos einstellbar. Er hat einen Luftstrom mit einem Regler. Da sehen Sie es da unten. Das ist eben der Regler. Und dann drehen Sie eben genau an diesem Knopf. Ich zeige Ihnen das jetzt hier mal. Da drehe ich. So, jetzt sehen Sie es oben. Gleich sehen Sie es noch mal bestimmt unten. Und dann ist eben auch die, mein Kollege hat das so schön gesagt, die Oszillation zuschaltbar. Und dann schwenkt das gute Stück. Also, wenn Sie da mal hingucken möchten, da sehen Sie alles. Da ist der Knopf für den Timer. Und da ist dann zum Beispiel auch der Regler, wie Sie sagen, viel oder wenig Gas. Und wenn wir über einen klassischen Ventilator reden, dann reden wir natürlich davon, dass das nicht geht. Also, Sie können da nicht reinfassen. Und da kann das vor allem, wenn das Gehäuse kaputt ist, kann das sehr, sehr gefährlich sein. Ich lasse jetzt mal die Brille weg für diese Schutzbrille. Wir zeigen Ihnen nämlich mal was. Ja, ja, du mal mit deinem. So. Der läuft. Und jetzt gucken Sie mal. Das könnte jetzt ein Kinderfinger sein. Einfach mal anfassen. Da passiert nichts. Aber wirklich gar nichts. Und dann haben wir natürlich hier einen ganz klassischen Ventilator. Und Sie sehen es, das ist das Metallgehäuse. Das kennen Sie. Wenn das Metallgehäuse aber irgendwie verletzt ist, habe ich ein Problem. Wenn ich da irgendwo ein kleines Löchlein habe und Sie haben zum Beispiel Haustiere, Katze oder zum Beispiel einen Hund mit kleineren Füßen, der kann sich da wunderbar drin verfangen. Und dann haben wir nämlich das Malheur. Und das Malheur zeigen wir Ihnen jetzt mal. Denn überlegen Sie mal, hier haben Sie ein wirklich tolles Produkt für 75,91 Euro. Und hier haben Sie Gurkensalat. Und das ist kein Witz. Wenn das der Finger wäre, dann hätten wir aber richtig Malheur. Und das möchten wir nicht. Dementsprechend denken Sie bitte erstens an alle, die in Ihrem Haushalt vielleicht noch mit ein bisschen Neugierde unterwegs sind. Egal, ob jetzt mit vier Füßen oder zwei. Und vor allem denken Sie einfach mal an Design und an Formschönheit. Denn der Unterschied zwischen diesen beiden Produkten ist für mich ganz klar, das ist ein absoluter Hingucker. Und das ist ein richtig tolles Produkt. Wunderschön in weiß und in rot gehalten. Also eine richtige Skulptur, die ich mir auch irgendwo wunderschön mal auf den Zeitbord stellen kann. Und der Riesenvorteil ist, er ist halt handlich und leicht. Ich kann ihn in jedem Raum mitnehmen. Sie können ihn abends gerne auf dem Balkon auch mit dann laufen lassen. Oder eben tatsächlich dann, wo Sie sich gerade in dem Raum befinden, in der Küche auch mit hinstellen. Denn er nimmt ja keinen Platz weg. Das Geniale an der ganzen Sache ist aber, wir haben nochmal 540 Kubikmeter Luftumwälzung in der Stunde. Ganz einfache Rechnung. 5 mal 4 Meter Wohnzimmer, 20 Quadratmeter, 3 Meter Deckenhöhe. Na ja, dann sind wir bei 60 Kubikmeter Luft, die umgewälzt werden sollen in der Stunde. Das heißt, der macht da richtig frische Luft rein. Und das Schöne ist einfach, dass ich ihn trotzdem noch laufen kann und muss mich nachher nicht drum kümmern, oh, habe ich ihn angelassen oder muss ich ihn noch ausmachen. Denn einfach auf die Timer-Funktion drücken und nach einer Stunde geht er automatisch aus. Und was mein Kollege mit dieser unwahrscheinlich schnellen mathematischen Rechnung sagen wollte, da hast du mich verloren. Also Mathe war bei mir nur TG, glaube ich, im Gegensatz zu dir. Das war wahrscheinlich Leistungskurs. Also 2,2 Meter pro Sekunde bringen wir es auf den Punkt. Zack, geht da durch an frischer Luft. Und das ist einfach mal toll. Denn wir haben hier überall diesen Luftausstoß und das verteilt wirklich perfekt die Luft. Und Sie haben es eben nochmal gesehen, da hat unser Regisseur nochmal drauf gehalten. Da steht es extra nochmal drauf. Und das ist der wichtigste Punkt. Ohne Rotorblätter. Das heißt, hier ist eben das, was wir Ihnen vorgeführt haben mit der Gurke, also die Verletzungsgefahr, die ist einfach mal null. Denn selbst wenn es umfällt, es ist absolut robust und es kann richtig was ab. Und gucken Sie mal, hier weht es und weht es und weht es. Und das ist eben genau der Punkt. Leichter, angenehmer Luftzug, der wunderbar die Luft verteilt. 75,91 Euro, Kai, überleg mal. Bei dem Wetter gehst du jetzt ins Geschäft und sagst, ich hätte gern einen Ventilator. Ja, und dann sagt der Chef, tschatsching, Zuschlag. 120, 130 Euro oder sagt, kommen Sie wieder, wenn wir wieder welche haben. Wir hatten es Ihnen schon vor Wochen gesagt, es wird heiß. Und Tatsache, es ist so brüllheiß in Deutschland und es bleibt auch so warm. Also schlagen Sie zu. Übrigens, die Technik ist nichts anderes als Luft komprimieren. Wenn Sie auf Ihre Handinnenfläche hauchen, ist es warm. Wenn Sie aber mit einem gespitzten Mund draufpusten, wird es kalt. Und genau die Technik macht sich dieser Ventilator zunutze. Deswegen sind auch die Outtrittsöffnungen so schmal. Und deswegen kommt da richtig schöne, kühle Luft raus. In Ziel 35, 42, 569 für unsere Top 5. Also für das 5. bestverkaufte Produkt momentan. Und es wird garantiert nach oben gehen, denn, denken Sie dran, der Sommer bleibt. Es bleibt warm. Und gehen Sie jetzt nicht los und versuchen Sie irgendwo verzweifelt einen Ventilator zu finden, sondern bestellen Sie sich eben dieses gute Stück für unter 76 Euro. Das sollten Sie sich jetzt einfach gönnen, denn das gute Stück ist ein wirklicher Knaller und vor allem ein tolles Produkt zu einem tollen Preis. Und wenn Sie in letzter Zeit irgendwann mal sich beklagt haben darüber, dass es zu warm ist oder wenn Sie nachts nicht schlafen können oder, 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 ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, anzurufen 0180 51 51, dreimal die 2. 48 Stunden, die brauchen wir maximal. Und das Wort wirklich ist maximal, denn mit unserem Paketdienstkooperationspartner müssen wir uns natürlich abstimmen und der sagt 48 Stunden, das ist das, was wir beide Ihnen garantieren können. Das heißt zum Wochenende, denn heute ist nun mal Mitte der Woche und Mitte der Woche heißt nichts anderes als rechtzeitig zum Freitag. Wird das gute Stück dann bei Ihnen sein und dann können Sie am Wochenende schon entspannt und gekühlt sozusagen einschlafen. Sollten Sie sich gönnen und wenn wir von kalter Luft reden, reden wir von Luft und deswegen kommen wir jetzt zur Nummer 4. Platz 4. Sind Sie Allergiker, haben Sie in den letzten Wochen echt das Problem, dass Sie keine Luft mehr kriegen, dass Sie ständig zu Hause in einer völlig überheizten Bude sitzen, weil Sie sich nicht mehr trauen, die Fenster aufzumachen, haben wir auch was für Sie. Zigtausendfach verkauft bei uns, auch vom Preis her kein Wunder, unser Anionen-Luftreiniger. Und das ist eine absolut geniale Sache, denn der bindet mit Ozon groben Staub Gerüche aus der Luft, bindet die und die fallen dann nach unten. Deswegen natürlich auch hier bei Pollen überhaupt kein Thema mehr. Und das wird alles in einem sogenannten Metall-Permanent-Filter hier aufgefangen. Und der steckt hier drin. Genial ist, ich muss keine Filter mehr nachkaufen. Ich kann sie schnell reinigen. Ich kann sie super schnell reinigen mit Spüli unter fließendem Wasser. Und ich habe den bei mir in der Küche stehen. Ich habe es oft genug erzählt, wenn ich jetzt bei mir bei der Hitze abends koche, rieche ich die ganze Wohnung, und zwar bis hoch ins Schlafzimmer. Wenn ich den aber gleich laufen lasse, habe ich das Problem eben nicht. Und du weißt, wo er steht. Ich weiß, wo er steht. Und ich weiß vor allem, was er leisten kann. Und vor allem weiß ich eins, der ist so klein und kompakt, wie er hier steht. Und trotzdem schafft er 100 Quadratmeter. Das heißt, da, wo Sie wohnen, egal ob Haus, Wohnung, einfach die Türen offen lassen, das gute Stück anschalten, und schon ist alles sozusagen frische Luft. Also das, was wir sozusagen in unserer Generation immer gehört haben bei Heidi in den Bergen, da ist die Luft gut, das können Sie sich jetzt nach Hause holen. Und das ist besser als das Übertünchen von jeder Art von Raumluft. Also bitte nicht sprühen oder irgendwas, sondern sich dieses gute Stück jetzt einfach mal gönnen. 18,91 Euro für gesündere Raumluft, also ein besseres Wohlbefinden. Für Allergiker keinerlei Pollen mehr in der Luft. Das sollten Sie sich jetzt wirklich gönnen. 18,91 Euro. Bestellen Sie am besten gleich zwei oder drei. Ist ein ideales Geschenk. Und auch wenn so ein kleiner Freund 100 Quadratmeter schafft, macht es natürlich Sinn, wenn ich zwei habe. Sind zwar 100 Quadratmeter, immer noch 100 Quadratmeter, aber doppelt so schnell fertig. Zwei Modi haben wir, also Whisper und Turbo. Und Whisper ist zum Beispiel das, da schlafen Sie wirklich richtig toll. Und trotzdem wird neben Ihnen die Luft perfekt gereinigt. Das alles in dem kleinen Gerät. Mich hat er überzeugt. Er tut seitdem perfekt seinen Dienst bei mir zu Hause. Und zigtausend Kunden, ich muss das nochmal sagen, haben Sie schon dafür entschieden. Und das nicht ohne Grund. Denn solche Anionen-Luftreiniger können normalerweise richtig Geld kosten. Ich habe die teilweise schon für knapp 300 Euro gesehen. Da sind wir der Meinung, alles Quatsch. Und was ich auch sehr schön finde, er belastet auch Ihre Stromrechnung nicht. Denn er hat mal gerade sieben Watt. Sieben. Sieben Watt. Also die vier hat sieben. Wenn er läuft. Wenn er läuft. Ganz wichtig, ja. Dann ist er mal gerade 30 Zentimeter hoch. Ist zehn Zentimeter tief hier. Und sieben Zentimeter in der Breite. Also den können Sie überall aufstellen. Mit in jeden Raum nehmen. Und gerade auch bei Kindern, die jetzt schon mit Pollen Schwierigkeiten haben, ist das natürlich eine absolute Entlastung. Wenn Sie jetzt vielleicht am Wochenende die Enkel zu Hause haben und die dann in ihrem Gästezimmer schlafen und das ist halt einfach brüllwarm und die Luft ist, oh, und das Greibe geht wieder los. Das Augenjucken fällt weg, das Niesen fällt weg, das unangenehme Gefühl fällt weg. Und vor allem, Sie kriegen wirklich besser Luft. Absolut. Ich schwöre drauf, mein Kollege schwört drauf, das heißt, egal ob Staub, Viren, Pollen, Bakterien, alles das landet in diesem Permanentfilter. Auswaschen und weiter kann es gehen. Sie müssen den Filter nicht austauschen. Das ist ein wirklich schönes Design. Mich erinnert das von der Seite immer so ein bisschen an, wie diese berühmten Statuen auf den Osterinseln. Das sieht wirklich richtig toll aus und das ist ein Hingucker. Und egal, wo ich das gute Stück hinstelle, es leistet seinen Dienst. Egal, ob jetzt so wie hier, zum Beispiel in unserem Film eingespielt, in der Küche oder im Wohnzimmer. Und vor allem, mit dieser Größe ist es auch so klein und kompakt, ich kann es auch wirklich notfalls neben dem Bett, unter dem Bett, ich kann es überall positionieren und ich kann es dann laufen lassen. Und du sagst, das 7 Grad ist nichts. Stell dir mal vor, du sitzt im Büro abends, hast noch was zu tun. Die ganze Luft da drin, das wabbert alles. Das steht, also packen Sie sich den Luftreiniger mit rein. NC 53 28 und die 569 nochmal. 18,91 Euro greifen Sie bitte zu, denn wir haben nicht mehr allzu viel derzeit da. Und das ist genau das gleiche Thema. Ich werde mir den Luftreiniger und den wunderschönen Ventilator eigentlich zusammengestellen. Und damit kommen wir jetzt zu einem absoluten Hammerteil, wie ich finde. Denn wir kommen jetzt nämlich dann zu unserer Nummer 3. Und da wird es jetzt hochinteressant, denn die Nummer 3, die verschafft Ihnen draußen im Garten, endlich Platz, trotzdem Reichweite. Und drittens ist es für mich technisch gesehen eine der genialsten Sachen, die ich in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe. Und ich komme mal wieder von Anfang an auf dieses Thema. Und der Carsten holt es uns gerade, diese dämlichen Schlauchaufroller. Und das ist für mich das fürchterlichste, was es gibt. Die stehen nur im Weg, Winter wie Sommer. Die haben immer das Problem, dass sie ultraschwer sind. Und vor allem ist es eine Riesensauerei, wenn ich den Garten schlau fülle. Ich schleppe mich gerade tot, während Sie da den Film sehen, wie unsere Kollegin mal unsere Gartengrillfläche, also unseren Fernsehgarten in Spee, wo wir immer gerne nachmittags abends draußen drehen. Da wird jetzt gerade bewässert. Das sehen Sie. Und das Problem ist, wenn Sie das hier, was ich jetzt vor mir habe, auch zu Hause haben, dann kann ich Ihnen eine Sache sagen, das will kein Mensch da haben. Denn, wenn Sie mal gucken, wie groß das ist, werden Sie jetzt nochmal sehen, wie der Schlauch sich abwickelt. Denn der dehnt sich. Das ist das Schöne an unserem Schlauch. Und ja, so sieht es aus. Da geht der Druck raus. Und dann röppelt er sich sozusagen zusammen. Und dann wird er klein. Ganz, ganz klitzeklein und wunderbar verstaubar. Und jetzt stehe ich immer noch an diesem Wagen. Und das ist eben genau der Punkt. Der geht eigentlich ja bis zur Hüfte. Und das ist ein Riesenteil. Und jetzt schiebe ich das durch die Gegend und schiebe das durch die Gegend. Der steht in der Garage und es ist immer im Weg. Deswegen vergessen Sie das. Ich ecke am Auto an. Brauchen wir nicht. Wir brauchen das hier. Denn das ist der Oberknaller. Sie haben es eben gesehen. Das ist wie ein magischer Gartenschlauch. Denn der sieht nicht nur aus wie so ein Bungee-Seil, also da, wo die Menschen mit von Brücken runterspringen und sagen, ich brauche den Kick im Augenblick. Hier haben wir wirklich eine Dehnbarkeit. Und das bedeutet, unter Wasserdruck, Sie haben es eben gesehen, dehnt sich das auf die dreifache Länge. Das heißt, wir bieten Ihnen unseren Pro 10, unseren 10 Meter in Anführungsstrichen langen Schlauch, weil er kann ja viel mehr für. Und das ist auch ein Wahnsinn. Das sind 23,66 Euro an, inklusive übrigens einer Handbrause mit sieben verschiedenen Funktionen, also sieben verschiedenen Strahlarten. Und das ist das Geniale. Hier hinten drin ist ein Latexschlauch. Und der ist hochflexibel. Der fängt erst an, sich in der Breite zu dehnen und dann in der Länge. Und dieses Fieberglas, dieser Mantel, der hier außen ist, der definiert dann die Länge. Und damit können Sie aus einem 10 Meter Schlauch, da gehen wir nochmal drauf, zeigen es nochmal hier, da ist der Schlauch, das ist das Gewebe außenrum. Und damit können Sie aus einem 10 Meter Gartenschlauch mal ganz einfach einen 30 Meter Gartenschlauch machen. Das müssen Sie sich mal überlegen. Einfacher geht es nicht. Der Schlauch wiegt noch nicht mal 1,1 Kilo. Also jeder, der immer gesagt hat, nee, das schwere Ding da, den Aufroller fasse ich nicht mehr an, der ist jetzt raus aus der Nummer. Denn das ist alles, was Sie definitiv noch in der Hand haben. Mehr ist es nicht mehr. Und vor allem die Brause, die ist gleich dabei. Und diese Brause, die hat es ja nun mal in sich. Denn ich habe hier alles dabei. Ich habe so ein bisschen so Regenfunktion. Das heißt ganz schön weiches Wasser, also zum Beispiel für Geranien und so weiter und so fort. Ich habe alles dabei, was ich brauche. Ich kann wirklich alles machen. Ich kann flach arbeiten, punktuell arbeiten. Ich kann mit Druckstrahl arbeiten, Brause, sprühen, gießen, Trichter. Alles das. Und vor allem, was ich das Schönste finde, ist, der hält auch richtig was aus. Also wenn wir mal wieder unseren klassischen Test nachstellen. So, auf geht's. Warte, brauchen wir ein bisschen Meter zwischen uns. So, gib mal her. Ein bisschen Platz. So, jetzt passen Sie mal auf. Da können Sie, gucken Sie mal, das ist das, was wir mit Dehnbar meinen. Der hält richtig was aus. Und da können wir dran ziehen und ziehen und ziehen und er bleibt beständig. Und bevor ich jetzt Engelmann Ärger und loslasse oder er durch Zufall loslässe, gehen wir mal langsam wieder aufeinander zu. Und da sehen Sie es, er zieht sich komplett zusammen. Das ist alles, was Sie brauchen. Das aufgerollt brauchen Sie gar nicht, sondern so nehmen, denn verknoten kann er nicht. Nee, kann er auch nicht. So, und gucken Sie mal. Jetzt sehen Sie unser Pult, oder? Da ist diese Aussparung hier vorne nur drin. So groß. Und jetzt passen wir mal auf. So, 30 Meter. 30 Meter Gartenschlauch sind verstaut. Ob in einem kleinen Eimer, ob Sie einen kleinen Haken in der Garage machen, steht nichts mehr im Weg. Sie haben definitiv immer 30 Meter Schlauch. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe ein großes Grundstück, finde ich cool. Nehmen Sie zwei. Ist überhaupt kein Thema, denn bei dem Preis sind wir auch allen anderen voraus. Wir haben nämlich über das Thema heute Vormittag noch gesprochen und haben gesehen, was denn sonst überall für solche Schläuche genommen wird. 30, 40, 50, 60 Euro sagen wir. Nee, völliger Quatsch. Royal Gardenier, unser Top-Hersteller für Gartenprodukte. 23,66 Euro finde ich den absoluten Knüller. Und da sehen Sie unseren Film nochmal, den Sie eben schon gesehen haben. Und das ist eben genau der Punkt. Das Ding wird richtig, richtig lang unter Druck. Und da können Sie wirklich sicher sein, dass Sie für 23,66 Euro diese Länge auch garantiert dann bequem benutzen können. Denn der ist ja nicht störend. Denn wenn Sie jetzt den Druck rauslassen, dann zieht er sich wieder zusammen. Das haben Sie eben in dem Film schon mal gesehen. Druck geht raus und das gute Stück zieht sich wieder zusammen. Und wenn wir von der Verstaubarkeit reden, dann reden wir natürlich hier normalerweise von einem Wagen. Das heißt, hier habe ich einen Wagen, den ich irgendwie mitnehmen muss, wo ich sage, ich habe jetzt folgendes Problem. Rolle, Rolle, Rolle. Und dann steht das Ding immer im Weg. Es kippt um, er steht in der Garage im Weg. Sie fahren gegebenenfalls dagegen und schon ist der Ärger groß. Und wenn wir nochmal über das Verstauen reden, ich finde es super. Denn guck mal, so klein und kompakt ist das, wenn man das zusammenrollt und zusammenwickelt. Und überlegt mal, nicht nur der Haken, sondern, gucken Sie nochmal unsere Theke, einfach eine Schublade in Ihrer Garage und weg ist das gute Stück. Ich finde es toll. Also, sollten Sie sich jetzt bestellen zu dem Preis, 23,66 ist das mal der Oberknaller. NX und dann die 51,49 und die 569. Jetzt kommen wir zur Platz Nummer 2. Und das wundert uns auch nicht, denn es gibt anscheinend noch tausende von Röhrenfernsehen in Deutschland, die alle noch eine Aufnahmefunktion vermissen lassen. Deswegen greifen Sie bei unserem UMAX Receiver zu. Das ist ein Twinsat Receiver mit einer 160 Gigabyte Festplatte. Das heißt also bis zu 40 Stunden Aufnahme. Auch die Möglichkeit, Werbung rauszuschneiden, kann man alles über dieses wunderschöne Menü machen. Und eine sogenannte Timeshift-Funktion. Das finde ich sehr schön, denn der Klassiker, ich gucke gerade eine Reportage, ich gucke die Nachrichten, ich gucke meine Lieblingsserie. Habe das natürlich vorher nicht aufgenommen und urplötzlich klingelt es an der Haustür. Und dann denke ich mir, so, was mache ich jetzt? Ist es was Wichtiges? Dann ist normalerweise die Serie weg. Bei uns machen sie es ganz anders. Sie drücken auf die Timeshift-Funktion. Das heißt, das Programm wird in dem Moment, wo es an der Haustür klingelt, gestoppt. Und wenn Sie dann fertig sind mit demjenigen, den Sie sozusagen an der Haustür empfangen und auch verabschiedet haben, dann gehen Sie einfach wieder gemütlich ins Wohnzimmer und drücken auf die Timeshift-Taste. Die ist nämlich hier unten zu sehen. Da ist sie. Und ja, hätten wir gern gezeigt. Aber dann drücken Sie da wieder drauf und schon geht es los. Da ist sie. Unsere Timeshift-Taste. Da. Da ist sie. Und dann kann ich eben genau an dem Moment weitergucken, wo ich vorher war. Das ist ein absolut toller Sat-Receiver. Denn ich habe den Vorteil, ich kaufe ja auch noch Sicherheit mit, die ja insgesamt 24 Monate hält. Das ist eben der Punkt. Denn wir sagen 24 Monate, garantiert, Gewährleistung. Sagen wir, Moment, es ist ein Rückläufer. Es ist refurbished. Das heißt, überprüft. Und wenn unsere Techniker mit den weißen Kitteln sagen, jawohl, dann gibt es 24 Monate Gewährleistung. 24 Monate sind Sie somit auf der sicheren Seite. Und 160 Gigabyte, das ist eine richtig große Festplatte. Da geht richtig viel drauf. 50 Stunden. Und jetzt überlegen Sie mal, ganz einfach mit dem Skatkabel anschließen an Ihren Fernseher und los geht es. Momentan, Sie sehen es noch vergriffen. Aber, wenn Sie jetzt anrufen, dann bekommen Sie garantiert noch einen. Und 56,91 Euro. Nochmal, 56,91 Euro statt. Und das da drüber ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Das heißt, hier, da, gucken Sie mal, da steht er. Jetzt steht derzeit vergriffen. Wenn ich meinen Finger da lasse, kommt irgendwann der Preis zurück. Und das ist eben genau der Preis. Gucken Sie mal hin. Das ist 450 Euro. Das war die ursprüngliche Preisempfehlung. Und jetzt das da drunter, 56,91, ist der Grund, warum Sie jetzt anrufen sollten. 0180, 51, 51, dreimal die zwei. Denn Umex ist eine Weltmarke. Ja, definitiv. Super natürlich auch von der Menüführung. Hier haben Sie übrigens zwei CI-Kartenschächte drin. Das heißt, Sie können also auch klassische HD-Programme mit der Karte empfangen. Übrigens, ganz wichtiger Tipp von uns. Die sind von unseren Technikern gereinigt worden, gesäubert worden, technisch gecheckt worden. Und, es kommt noch eins dazu, aktuellste Software ist auch drauf gespielt worden. Das heißt, nach Hause anschließen, los geht's. Und an jedem Röhrenfernseher der Welt mit diesem klassischen Skat-Anschluss, natürlich auch an allen Flachbildschirmen, Fernsehern der Welt, die einen Skat-Anschluss haben, kann ich den anschließen. Und habe für 56,91 Euro eine 160 GB Festplatte mit einem Twinsat-Receiver, mit dem ich auch noch Bild-in-Bild-Funktion machen kann. Und vor allem, seien wir doch mal ehrlich, Fußball, Timeshift-Funktionen, wichtig. Denn man sitzt schön zusammen und überlegen Sie mal, wenn einer jetzt durch Zufall mal auf die Toilette muss, das soll ja vorkommen, wenn man so ein oder das andere Bier konsumiert hat. Dann einfach ganz kurz anhalten und schnell laufen und dann weiter gucken. Dann warten alle, drei, vier Minuten warten, es verpasst keiner mehr was. Das heißt, das alles entscheidende Tor wird dann von allen gemeinsam genossen und nicht. Der Rest genießt es und Sie hören es durch die Toilettentür und sagen, oh mein Gott, hätte ich doch noch eine Minute angehalten. Es beherrscht alle gängigen Videorekorder-Funktionen, also Vor-Zurückspulen und natürlich das Wichtige, wir sprachen über die Timeshift-Funktion. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen, unter 57 Euro wäre es, 56,91, da komme ich wirklich ehrlich gesagt ins Straucheln. Denn, nochmal, zu dem Preis, ein U-Max, das ist ein Welthersteller, das ist einzigartig. 0,180, 51, 51, 3 mal die 2 ist jetzt die Nummer, die Sie jetzt wählen sollten. Denn, wir reden von 160 Gigabyte für 56,91 Euro. Wir reden über einen U-Max, ganz genau. Übrigens, Zeitlupen-Funktion haben Sie auch noch mit drin, wenn Sie sich das Tor des Tages abends in aller Ruhe nochmal angucken wollen. Auch kein Thema. Übrigens, REF 6001 und die 569 ist die Bestellnummer, halten Sie sich ran, denn es ist definitiv so, wir werden, wenn alle Geräte da sind, in Schwierigkeiten kommen nochmal, welche zu bekommen. Jetzt können wir noch garantieren, dass wenn Sie jetzt bestellen, dass Sie am 16. bis 18. dann tatsächlich die Info kriegen, Gerät ist unterwegs zu Ihnen. Das heißt, die ersten drei, vier Vorrundenspiele, ja, muss ich halt wirklich dann noch live gucken. Und dann kann ich wirklich den Luxus genießen, alles aufzunehmen und gerade auch die späten Spiele. Und da macht genau das Sinn, denn überleg mal, dann wird mitten in der Nacht gespielt. Oder die Timeshift-Funktion, überleg mal, elf Meter schießen. Ich spreche da aus Erfahrung, ich saß so auf der Couch und dachte, ich schaffe es noch, ich schaffe es noch, ich schaffe es noch. Ich habe noch nicht mal mehr die Wiederholung sehen können. Sollten Sie sich jetzt einfach gönnen, denn 56,91 Euro ist ein Argument, wo man sagen muss, wer jetzt nicht zugreift, ist wirklich selber schuld. Kai hat es eben gerade gesagt, momentan warten wir noch auf einen großen Container. Den packen wir dann, also nicht wir, sondern drüben die tolle Versandabteilung schnell aus, um und dann ist das gute Stück bei Ihnen. Deswegen rufen Sie jetzt an und sichern Sie sich Ihren UMAX, also wirklich nochmal betonen, Ihren UMAX-Festplattenrekorder mit, Achtung, 160 Gigabyte. Und das ist eben der Punkt. 40 Stunden Aufnahme. 4 zu 3, 16 zu 9, alle Formate erkennt er natürlich. Und natürlich auch für alle Sky-Karten geeignet, denn das sind sogenannte Mietgeräte gewesen, die zwei Jahre irgendwo. Nur auf einem Side-Bot standen, da ist nichts mitgemacht worden, als aufzunehmen. Wir haben die zurückgenommen, gecheckt, Sie kriegen die von uns. Und damit kommen wir zu unserem Platz Nummer 1. Also das, was wir im Fußball werden wollen, also Nummer 1, ist eben das, womit Sie dann zum Beispiel wunderbar unterwegs auch Fußball genießen können, Informationen sammeln können und so weiter und so fort. Und davon reden wir jetzt nicht, von eben dem Erdbeerteller, das ist nicht die Nummer 1, sondern das, was unser Kollege da in der Hand hat, das ist die Nummer 1. Nämlich unser Touchlet, unser X10 und jetzt kommt's Quad und dann V2. Quad heißt nichts anderes als ein Vier-Kern-Prozessor und das Ganze dann sogar inklusive dem 3G-Stick. 3G-Stick heißt nichts anderes als SIM-Karte rein und los geht es. Egal wo Sie sind, das gute Stück dann benutzen, ohne dass Sie den, ja ich sag mal, WLAN-Code irgendwo brauchen, dass Sie sagen müssen, ich müsste jetzt mal ins Internet und so weiter und so fort. Da sehen Sie es, unser Kollege schwört drauf und das macht einfach richtig Spaß. 284,91 Euro. Die Ausstattung ist sagenhaft. Wir haben eine 5-Megapixel-Kamera drin. Wir haben dieses unglaublich geniale Retina-Display, was die Amis auch verbauen. Übrigens bei den Amis kostet diese UMTS-Funktion tatsächlich 150 Euro Aufpreis. Bei uns können Sie selber entscheiden, brauche ich die Situation gerade, brauche ich es nicht, denn unser Modul können Sie raus- und reinschieben. Das ist hochflexibel und eine 5-Megapixel-Kamera habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir hier ein Modem, also ein Modul drin haben, mit dem Sie sogar mit unserem X10 Quad V2 auch noch telefonieren können. Und da geht es jetzt los. Wir sind der erste Anbieter auf dem Markt, der ein 9,7 Zoll großes Tablet in dieser überragenden Ausstattung mit Telefonfunktion anbietet. Und das ist einfach das Tolle. Sie haben es eben gesehen, so simpel funktioniert das. Ich zeige es Ihnen nochmal. Ganz einfach rausnehmen und schon ist nichts, was stört. Denn überlegen Sie mal, dieser kleine Schacht ist dann natürlich bedeckt, egal ob das Modem drin ist oder nicht drin ist. Und wenn wir früher über Surfsticks redeten, dann standen die meistens irgendwo ab und dann sind sie abgebrochen. Hier nicht. Gucken Sie, so einfach funktioniert das. Da kommt die SIM-Karte rein. Jede SIM-Karte Ihrer Wahl geht. Das heißt, wir reden jetzt von SIM-Log frei, wir reden von Regionsfrei. Das heißt, egal wo auf der Welt, Sie können es überall benutzen. Dann kommt es einfach in die Rückseite, hier in dieses schöne Aluminium-Backcover wieder rein. Und dann, zack, kann es losgehen. Und das bedeutet, egal ob Sie im Urlaub surfen möchten oder zum Beispiel jetzt dann sich über die Weltmeisterschaft informieren wollen. Oder, oder, oder. Ganz einfach, Sie holen sich eine Prepaid-Karte und selbst damit geht es dann los. Wir reden von einem leistungsstarken Quad-Core-Prozessor mit vier Kern und das Ganze mit 1,6 GHz Taktung. Das ist total schnell. Dann auch noch zwei Gigabyte Arbeitsspeicher kommt noch dazu. Also von der Ausstattung her sind das Geräte, die normalerweise zwischen 900 bis 1000 Euro kosten. Nicht so bei uns. Stereo-Lautsprecher noch mit drin. Einen grandiosen Achtfach-Grafik-Beschleuniger. Das heißt also auch Spiele, Animationen laufen ja absolut perfekt und wir können Ihnen definitiv nur eins sagen. Das sind Geräte, da sollte man zuschlagen, denn wir haben immer nicht so viel, wie wir eigentlich rausschicken müssten. Das bedeutet im Moment für 284,91 Euro ein State-of-the-Art-Gerät, wenn man es mal richtig hochtrabend sagen will, mit dem ich wirklich alles machen kann. Mein Personal Computer dabei, überragende Kameras drin, vorne übrigens auch nochmal drei Megapixel als Kamera. Das heißt also auch Internet-Telefonie gestochen scharf. Das ist ein Traumgerät für kleinen Preis und deswegen ist das bei uns auch ständig vergriffen. Und während Sie dann noch den Frosch sehen, den unsere Kollegin jetzt gerade schön bearbeitet, denn das ist wirklich so simpel, zeige ich Ihnen hier mal Folgendes. Das ist Ihre Oberfläche und da können Sie dann einfach, indem Sie auf diese kleine Einkaufstüte gehen, da steht Play Store drunter, Ihr Gerät dann so konfigurieren, wie Sie es haben möchten. Einfach diese Apps, diese kleinen Programme runterladen. Es gibt nicht nur Programme, sondern es gibt auch Kiosk, zum Beispiel Zeitschriften, Bücher. Das heißt, da können Sie dann einfach für die Reise oder für den Urlaub sich das Passende runterladen und schon geht's los. Ganz einfach, ganz simpel, ganz viel ist vor allem kostenlos. Das heißt, da machen Sie Ihr Touchlet zu Ihrem persönlichen Reisebegleiter, zu Ihrem persönlichen Unterhaltungscenter und das Ganze wie immer mit variablem Speicher. Das heißt, hier entscheiden Sie via Micro-SD-Karte bis 64 GB, wie groß der Speicher sein soll. 284,91 Euro für dieses tolle Produkt. Inklusive dem 3G-Modem, inklusive der Kamera. Und die ist wirklich toll, denn 5 Megapixel für Fotos ist einfach mal klasse. Sie haben es eben bei unserem Kollegen gesehen. Der hat sein Essen fotografiert, also die Erdbeeren, und hat das mal eben schnell eben durch den 3G-Stack vom Essenstisch direkt bei Facebook hochgeladen. So toll sehen Fotos aus, so toll sieht das Touchlet aus und so toll kann es vor allem innerhalb von kürzester Zeit bei Ihnen sein. 48 Stunden, die brauchen wir. Und nicht mehr. Und jetzt kommt noch was dazu. Es gibt einen passenden MHL-Adapter und das ist sehr schön. Mit dem ich dann auch noch meine ganzen Daten komplett auf einen Fernseher, auf einen Beamer übertragen kann. Das heißt, alle aktuellen Informationen und Themen, die Sie auf Ihrem Touchlet drauf haben, können Sie dann natürlich auch perfekt auf großem Bildschirm angucken. Und wenn Sie dann noch ganz gemütlich irgendwo am Strand sitzen und wollen telefonieren, dann nehmen Sie doch Ihr Bluetooth-Headset, docken Sie das an unser X10 Quad V2 an und schon geht das los. Und es klingt übrigens auch sehr gut über die Stereo-Lautsprecher. Das klingt super. Da sehen Sie gerade noch, wie damit gespielt wird. Und wenn Sie, ach guck mal hier, ein Freund von mir kocht gerade. Das ist Fernsehen. Da gibt es nämlich auch das passende App für. Und das heißt, hier können Sie dann ganz einfach sagen, ich möchte Fernsehen gucken. Und so toll sieht da drauf Fernsehen aus. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ach so, ja, das macht natürlich Sinn, wenn ich mich da eindrehe. So, das ist Fernsehen. Und Sie können heute sogar uns, wenn Sie irgendwo im Urlaub unterwegs sind und vielleicht in einem Hotel WLAN-Empfang haben, also kabelloses Internet, natürlich auch übers Internet auch gucken. Das ist ja das Schöne, denn dann verpasse ich auch von allen aktuellen sonstigen sportlichen Aktivitäten, die ich gerne gucken will, auch nichts mehr. Übrigens, Sie müssen sich keine Sorgen machen, hier haben wir nicht so den typischen Ami-Touch, dass wir nach zweieinhalb Stunden schon wieder eine Steckdose suchen, sondern wir haben neun Stunden Akkulaufzeit, sogar fast neuneinhalb. Und wenn Sie jetzt passend zum großen Ereignis auch noch ein bisschen spielen wollen, dann spielen Sie doch die Spiele nach. Sie merken an der Stimmlage meines Kollegen, er kann sich jetzt schon nicht mehr langsam konzentrieren. Das ist eben so ein Spiel, was Sie zum Beispiel auch über den App Store runterladen können. Genial, kostenlos übrigens. Und ich weiß, dass mein Kollege jetzt sagt, lieb es mir. So, PX8893 und die 569 ist die Bestellnummer für unser tolles Touchlet inklusive dem 3G-Modern. Das sollten Sie sich jetzt einfach mal gönnen. Und wenn Sie sagen, Moment mal, ich hab den Sommerurlaub schon bezahlt oder, 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 kann ich Ihnen eine Sache sagen? Sie können jetzt im Callcenter anrufen, 0180-51-51-3x2. Und dann ganz einfach mit den jungen Damen und Herren im Callcenter ne Ratenzahlung vereinbaren. Und das Ganze zu null Prozent. Das heißt, ganz entspannt in drei Raten bezahlen. Und wer mein Kollege jetzt gerade, ich glaube, die Mannschaft von Jamaika angewählt hat und hier jetzt mal rumchillt, kann ich Ihnen sagen, 0180-51-51-3x2. Denken Sie dran, ab 150 Euro schicken wir alles versandkostenfrei. Zwei Tage brauchen wir, also 48 Stunden. Und Sie sollten jetzt, selbst wenn Sie in drei Raten bezahlen, jetzt anrufen. Ganz einfach. Null Prozent Finanzierung ist der Stichwort. Also rufen Sie an, 0180-51-51-3x2, du Tanzbär.